Als Stürmerin machte Christina bislang noch immer eine gute Figur. Die Rheinländerin spielt seit zehn Jahren im Fußballverein. Genau wie Jan. Der Hamburger meisterte die Prüfung bislang spielend. Daran dürfte sich vorerst nichts ändern. Das ist eigentlich meine stärkste Disziplin. Fußball spiele ich über zehn Jahre. Das sollte doch was werden nachher. Rote Mannschaft. Ein Fabian Donsbach. Zwei Jan Erdmann. Du bist doch draußen. Rot ist raus. Rot ist komplett ausgewechselt worden. Aufwachen. Trink mal ein Tässchen Kaffee gleich. Damit die grauen Zellen wieder munter wären. Sicher, erst mal sicher. Noch ein weiter. Rass ihn nur prallen. Und du gehst weiter. Schöne Aktion. Ballkontrolle. Angetäuscht. Aufgelegt. Torschuss. Sehr gut gemacht. Prima. Der ist schon in Ordnung. Muss ein bisschen klarer abziehen. Er ist manchmal in Torschusssituationen. Arbeitet gute Bälle raus. Und dann fehlt etwas der satte, präzise Abschluss. Aber den kann er im Laufe der Grundausbildung und dann, wenn er Schwerpunkt macht, noch verbessern. Ich habe schon besser gespielt, aber ich denke, dass Leute gereicht haben. Ich glaube, dass er Fußballkompetenz besitzt und weiß. Also, ich glaube, alle haben ganz gut gespielt eben gerade. Wenn man Räume eng macht in der Halle, gibt es nicht viele Chancen. Das ist so. Das ist so. Der kann sich nicht so. Der Gelb ist okay. Der Blonde ist okay. Der Rote ist okay. Der Mädel ist okay. Die habe ich noch nicht gesehen jetzt hier. Schön. Was gut ist, dass die richtig mitspielt, ne? Immer da. Jetzt auch da wieder. Ja, gut. Den wolltest du auflegen jetzt, ne? Im Gegensatz zu heute Morgen, da waren auch drei Mädels. Da war eine gute Fußballerin und zwei schwächere. Spielt die gut mit. Man sieht das ganze Bewegungsverhalten. Die bremst ab, die steht, die läuft nicht einfach blind auf den Ball. Hat ein gutes Raumverständnis und hat auch eine gute Technik. Also, die hat die überhaupt keine Probleme. Die könnte jetzt schon rausnehmen, aber die sollen ruhig damit spielen. Wenn Sie sich so an die Zahlen angucken beim Deutschen Fußballbund, der Deutsche Frauenfußball boomt. Ja, man muss sagen, so seit der Weltmeisterschaft 2003 mit dem Titelgewinn ist halt auch Frauenfußball an Schulen und so weiter immer populärer. Und wir haben also da auch einen deutlichen Zuwachs. Ja, und der liegt im zweistelligen, prozentualen Bereich. Das merken halt auch die Studierenden, dass eben nicht mehr so die klassischen Sportarten, die Jungen spielen Fußball in der Schule und die Mädchen, die turnen oder machen Volleyball. Sondern, dass eben halt auch hier Fußball gefragt wird. Und vor allen Dingen, gerade beim ko-edukativen Unterricht, sprich also, wo Mädchen und Jungen gleichzeitig unterrichtet werden, ist Fußball halt auch eine inzwischen sehr beliebte Sportart. Okay, Christina, wechseln Sie mal mit, äh, wen haben wir noch jetzt auf der Bank? Eins, zwei. Ja, das war eigentlich so das Leichteste hier, aber der Rest kommt ja noch. Ohne Fehler müssen jetzt Anja und Yildirim bleiben. Der Rheinländer spielt Tischtennis, die norddeutsche Volleyball. Yildirim will Lehrer werden und Sport an einer Schule unterrichten. Tischtennis spielte er bislang nur auf dem Pausenhof. Das soll für die Uni-Anforderungen reichen. Mit Ping-Pong hat die Prüfung jedoch nur wenig zu tun. Sind alle da? Erste Übung. Sie spielen nur mit der Vorhandseite. Ausschließlich, egal wohin der Partner den Ball spielt. Also gesamte Tischbreite ablecken, nur mit Vorhand. Kommt der Ball hier hin, laufen, Vorhand. Rückhand findet nicht statt. Teil drei, ein Ball mit Rückhand. Umspringen, ein Ball mit Vorhand. Rückhand, Vorhand. In der Diagonalen zum Partner, wenn er Rechtshänder ist. Hier am ersten Tisch, von mir aus gesehen rechts beginnt. Timothy fort und links, Rücken zu mir, Wei-Guo. Die anderen haben Pause. Boah, guck mal der Chinese, wie der abgeht mit seinem China. Wie schnell. Also eigentlich bin ich der nervösere Typ, würde ich von mir jetzt behaupten. Aber, ich mein, ich weiß, ich bin jetzt unvorbereitet hier. Hab jetzt mein Defizit schon und darf mir keins mehr erlauben. Na, was soll ich hier jetzt so ner Fresse machen? Was bringt das? Gelassen schlendert Yildirim zum Celluloid-Ball-Duell. Auch als sein Name falsch aufgerufen wird, bleibt er locker. Ötzinger! Schatz, was denn? Auf der rechten Seite und links, ich nehme an, das heißt Christoph, Beyrich. Mit Treibschlägen und Topspin-Bällen hat der ehemalige Rundlaufspieler wenig Erfahrung. Jetzt muss er den Ball schön flach halten. Gar nicht so einfach. Ach, Sie denken bitte daran, dass Sie vorne bleiben. Nah am Tisch, nicht zurückgehen. Ach, Mann. Im Prinzip teste ich noch nicht mal ab, wie gut er Tischtennis spielen kann, sondern ich versuche eher, eine rückschlagspezifische Koordination zu testen. Im Prinzip müsste eigentlich im Tennis oder im Badminton das gleiche Ergebnis dabei rauskommen. Weil Tischtennis spielen kann ich nicht voraussetzen, aber gewisse koordinative Voraussetzungen muss man hier haben, wenn man an der Sporteschule anfängt. Ich gucke, wie schnell er eine gegnerische Flugbahn erkennt und wie gut er darauf dann die eigene Bewegung konzipieren kann. Und er hat eigentlich überhaupt keine Zeitprobleme, kann sehr schnell gegen den Ball gehen, macht auch eine relativ ruhige, harmonische Bewegung. Das wird mit Sicherheit kein Problem, das sieht man eigentlich nach 10 Sekunden schon. Hey, Manu. War gut, ne? Schon gut gespielt, oder? Du hattest aber auf dem korrekten Weg. Der war super. Ja, sag ich schon. Aber es war auch gut, ne? Ja. Hast du meine Schwette bei dir gesehen, manchmal? Das letzte Mal. Das letzte Mal. Der war super. Von mir? Ja, ja. Ganz kurz zum Schluss. Mit der Rückhand hat es am Anfang ein bisschen Problem. Genau, genau. Mit der Rückhand am Anfang. Aber danach ging es. Die Länge nicht im Schläge. Danach ging es. Sag mal, jetzt lagaut das hier. Ne, jetzt, ne. Letzte. Letzte, danach schwimmen. Ja, und dann kommt drauf an, ne? Müsst ihr hier die Ergebnisse abwarten? Sagen wir irgendwelche Ergebnisse? Oh Gott, wie peinlich, wenn man hier schaltet. Wenn ich jetzt schwimmen schaffe, muss man auch Turnen schaffen. Was ist Turnen? Saito, Purzelbaum rückwärts und sowas. Ja, aber das ist alles mit Hilfe. Deswegen darfst du keine Angst haben. Ja, aber bei Leicert Dicke dachte ich auch. Ganz einfach. Ja gut, kommt ja keine Ahnung, was im Hochschuss hinbekommt. Das wusste ich gar nicht. Ich hab das eh nicht gecheckt. So beim Übungswurf, ne? Hab ich das Ding 100 Meter, glaub ich, gegen die Wand fast geworfen. Und danach so. Ich bin knapp an die unten, nicht mal hinter die rote Linie. Hätten die das gelten lassen, wenn das zwar geworfen ist, aber die... Nein, 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 nein. Der wäre sowieso. Ja, genau. Mann, ich denk mal, es lag auch da dran. Weil ich geworfen hab, bin ich nicht so weit gekommen. Beim Übungswurf nämlich. Als ich weit gekommen bin, meinte der Typ nämlich zu mir gut. Nein. Ja. Dann ist aus dem Handgelenk so eine 7-Kilo-Kugel. Zack. So, ich darf die Ergebnisse bekannt geben von den insgesamt 33 Kandidaten, die ich hier heute geprüft habe in dieser Gruppe, haben 31 ohne jede Einschränkung bestanden. Auf ein Defizit entschieden habe ich bei dem Herrn Ford und bei dem Herrn Zagli. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Applaus Manu, Manu. Ein bisschen mehr Selbstvertrauen könnte Anja vertragen. Bei runden Flugkörpern ist die 19-jährige kontaktscheu. Volleyball hat sie nur kurze Zeit in der Schule gespielt. Es kommt darauf an, dass sie in der Lage sind, den Ball geradeaus und ein klein wenig zielgenau zu britschen und zu baggern. Ein wichtiges Prinzip der Eignungsfeststellung ist, dass sie ökonomisch arbeiten. Ökonomisch heißt es nicht, dass sie die ganze Zeit für die Aufwärmung um das Spielfeld herumlaufen, sondern am besten sich sofort mit dem Ball anfreunden und ein klein wenig einspielen. Okay? Also wenn jemand den Ball als Feind betrachtet, dann muss er leider oder sie durchfallen. Anja macht den Aufschlag, ja. Drüben bitte den Aufschlag, ja. Komm Anja, mal sehen wie viele Punkte du machst. Wenn der Aufschlag deutlich ins Aus geht, dann brauchen sie ihn nicht anzunehmen. Sie scheint eine Individualsportlerin zu sein, ja. Das heißt, mit dem Ball, ja, hat sie nicht sehr viel gemacht vorher. Wenn man tatsächlich überlegt, dass es ihre beste Mannschaftsvortrag ist, dann muss man für den Verlauf des Studiums ein großes Fragezeichen setzen. Allerdings, wenn wir ein klein wenig strenger wären, müssen wir 70 Prozent durchfallen lassen. Also nicht mit einem Defizit, sondern durchfallen lassen. Okay, meine Damen und Herren, kommen Sie bitte alle hier. Zunächst mal das positivste Ergebnis der Prüfung. Sie haben alle bestanden. Das ist jetzt nicht ein Geschenk oder eine Großzügigkeit von mir. Allerdings, und jetzt kommt das sehr große Fragezeichen. Wenn Volleyball die beste Sportspielart von Ihnen ist, und bei den anderen haben Sie noch größere Schwierigkeiten, heißt das, dass das Studium für einige von Ihnen nicht leicht sein wird. Ich bedanke mich sehr. Viel Erfolg bei allen anderen Wittlingen. Und mit Frau Eckhoff möchte ich noch mal ein Wärtchen retten. Kommen Sie mal bitte hier. Welche ist Ihre beste Sportart überhaupt? Turn. Das haben wir, glaube ich, schon erkannt. Das heißt, mit dem Ball haben Sie nicht so viel zu tun gehabt. Ja. Aber was Sie hier gezeigt haben, das war schon ganz gut. Machen Sie Turnen so wettkampfmäßig. Habe ich bis vor zwei Jahren. Dann hatte ich eine Verletzung. Und seitdem bin ich passiv und trainiere halt viele kleine Kinder. Ja, schön. Mit ein bisschen Einsatz und gutem Willen schaffen Sie das. Okay? Viel Erfolg beim Studio. Dankeschön. Bitte sehr. Macht der Fans. Macht der Fans. Macht der joint. Macht der Fans. Macht der Fans. Beant. Gib mir einmal. Entschuldigung. Hab ich mega die Panik. Wenn ich das jetzt schaffe, dann hab ich schon bestanden. Für mich persönlich bestanden. Jilderin war früher Kampfsportler und Fussballer. Dank Hanteltraining macht er im Hallenbad auch heute noch eine gute Figur. Erster Test, ein Sprung ins kalte Wasser. Ihr sollt kopfwärts eintauchen, etwa zwischen 45 und 90 Grad. Also es soll kein Bauchklatscher sein, ihr sollt auch nicht überschlagen. Beim Eintauchen ein bisschen Körperspannung, dass ihr wie ein Pfeil ins Wasser schlägt, dass ihr nicht überschlagt, dass die Kniegelenke gestreckt sind. Okay, jeder einen Probedurchgang. Noch haben nicht alle begriffen, worum es dem Prüfer geht. Es folgt der Prüfungssprung. Du musst senkrecht ins Wasser einpauchen. Du bist angekommen und bist hoch weggegangen. Wo du in das Wasser reinkommst, nach unten weggekommen. Und viel höher springen. Ein bisschen mehr nach oben springen. Du springst zu weit nach vorne. Und dann, wenn du ankommenst, nach unten weg. Nicht nach vorne weg. Okay, ich will das jetzt besser. Auf geht. Also ich habe das schon gemerkt, ich bin zu flach reingesprungen. Das habe ich selber schon gemerkt. Aber mit den drei Schritten und so, das klappt schon. In Ordnung, die anderen warten trotzdem auf mein Okay. Jildrin, gehen Sie erkennbar in das Brett und springen Sie ab. Machen Sie bitte den Eintauchwinkel ein wenig größer. Aber sonst ist das okay. Danke. Boah, geschafft. Ohne Körperbeherrschung geht beim Turnen nur wenig. Der Geräteparcours gilt ungelenken Bewerbern als motorische Folterkammer. Und dann kommt Christina. Und nach Christina kommt David. Die Tortur beginnt für die Fußballerin am Reck. Dozentin Dr. Karin Martin kontrolliert den korrekten Bewegungsablauf. Die ersten Haltungsnoten an der Stange lassen noch hoffen. Aber gut. Kindgemäß. Wie ein Kleinkind. Achtung. Du musst deine Hose hochkrempeln. Du kannst dich so böse verletzen. Ich meine, es ist schön, so lange Hosen, aber für den Sport eigentlich untauglich. Lag an der Hose. Ja, die rutschen ab. Lag an der Hose. Ja. Ach, nicht an der Hose. Sie sah nicht gut aus, ne? War in die Bauchlage. Ich mach gleich nochmal einen Hohenbeweg. Ja, ist kein Problem. Mach mal Boden. Du kannst die Hose auch ein bisschen höher ziehen. Na ja, ich bin schon immer am Ziehen. Die ist ein bisschen groß. Über die Hüfte? Ja. Das ist ein bisschen zu lang. Jetzt muss ich den Roller rückwärts durch den Hohenstütz machen. Das heißt also, durch Stützfähigkeit ansetzen, dass der Körper frei ist. Also der Kopf frei ist. Oh, das musst du nachher nochmal machen. Mach nochmal ein Rad. Weiterdrehen. Christina, das machst du nachher auch nochmal. Bist du nervös? Ja? Musst du nicht. Das ist Körpererfahrung. Das reicht nicht. Das musst du nachher nochmal machen. Du hast nur einen Körper, ne? Du hast nur einen Körper. Ja. Das fängt in der Schule an und geht hier genauso weiter. Dass die Leute sehr sportlich aussehen und schlank sind. Und gerade bei den Frauen in der Rumpfmuskulatur. Die können keinen Handstand, die können kein Rad, die haben keine Körperspannung, weil die Rumpfmuskulatur nicht richtig ausgebildet wurde. Und das ist schwer dann in den 20ern nachzuholen. Wer sich im Turnen früh übt, ist auch in der Leichtathletik im Vorteil. Schon als Kind trainierte Anja Eckhoff an Boden, Balken und Barren. Marco Eelscheid fehlte bislang der Mumm in den Knochen. Jetzt muss er die Kugel über 7,60 Meter stoßen. Leider nicht weit gelassen. Gefuckt? Nee. Da kriegst du hin. Hm? Kriegst du hin? Ja, ja. Muss. Ich hab mit so einer schweren Kugel privat zu Hause nicht trainieren können, weil ich einfach nicht aufgreifen können. Aber ich hab mit einer 6er-Kugel trainieren können, ein bisschen mehr als 6, und hab da die Weiten locker geschafft, also dann über 8 Meter, 8, 9 Meter. Da hab ich gedacht, okay, der eine, das eine Kilo, das wirkt sich nicht so stark aus. Anja geht mit 4 Kilo in den Ring. 6,75 Meter muss die Kugel erreichen. Kein Problem für die Norddeutsche. Damit bin ich durch. Jetzt kommt jetzt dieses Hochsprung. Dann mal schauen, wie das wird. Das ist eine Überwindungssache, darüber zu springen. Ganz oft trainiert und ganz oft auf der Latte gelandet, bis nachher der ganze Rücken mehr oder weniger blau war. Und dann ist so eine Blockade da. Ja, und jetzt versuch dann einfach drüber. Einfach nur mal so, auch wenn, wir können die Stange mal kurz runter tun, damit es nicht weh tut, als wenn es da dran liegt. Ja, so wie bei allem, was wir in der Leichtathletik machen, gilt auch hier die offizielle Wettkampfbestimmung. Außerdem steht in der Wettkampfregel, dass der Leichtathletische Hochsprung ein einbeiniger Absprung ist. Da wünsche ich viel Erfolg. Es beginnen gleich Sabine Lutschoweit und Patricia Ludwig. Wie Anja ängstigen sich viele Frauen vor einer Kollision in der Luft. Die Latte muss in einer Höhe von 1,20 Meter übersprungen werden. Erfolgsdruck beim Kugelstoßen. Dem 19-Jährigen bleiben noch zwei Versuche. Wenn er die Weite nicht schafft, scheidet er aus. Er ist übergetreten, wunderbar geworfen. Keine Chance habe ich noch. Die Kraft fühlen schon. Hast du jetzt beim Dritten, wie würdest du das angehen, um da nochmal alles reinzulegen? Vor allem ruhig. Vielleicht nicht dran denken, dass es der dritte und letzte Versuch ist. Und dass es ein mögliches Ausland bedeutet. Naja, dritter Versuch. Heiko! Anja Eckhoff, danach hell in der Dunkel. Jeder Luftsprung kostet Anja Nerven. Da sie schon beim Zeitschwimmen zu langsam war, darf sie sich keinen Fehler mehr leisten. Es sah nach Hochsprung aus, auf jeden Fall. Aber wo ist das Aber? Dass 1,20 natürlich eine Höhe ist, die 15-jährige C-Schülerinnen springen. So, im Bett mit dem schlaff ich jetzt auch noch. Wir machen ja noch viel Lauf. Ich bin wohl alles nicht zu schlecht. Bei den Grabspringen. Ich muss den Hunger auswerfen. Worüber müssen wir denn kommen? Über die rote? Rote. Rot. Da packst du laut. Muss jetzt. Geworfen. Ich habe die Kugel geworfen, nicht gestoßen. Das heißt, die Kugel ist zu früh vom Hals weg. Und somit nicht die Bewegung nach vorne, sondern mehr zur Seite. Und jetzt ist Feierabend? Jetzt vorbei, genau. Ja, wir müssen hierbleiben. Ich weiß schon Bescheid, ja, ja. Kann ich aber dann fahren. Im Sommer komme ich ja wieder, oder im Frühjahr ist das, ne? Februar, genau. Es gibt keine Bescheinigung für nicht bestanden. Das brauche ich auch nicht. Ich bin noch mal, tut mir leid. Ja, gern. Ja, bis dann, ne? Ja, tschüss. Christina bekommt beim Turnen noch eine letzte Chance. Das gilt auch für andere Kandidaten. Ramona, üb dir mal mit ihr aus dem Liegestütz anhocken, damit sie weiß, wo ihre Beine sind. Du springst jetzt gleich übers Pferd, dann ist die Nervosität weg. Ramona? Ja. Nachher nochmal, ne? Ja. Ja. Nachher nochmal, ne? Die prägen sich nicht in der Bewegung. Mach nochmal, ne? Ich mach nochmal ein Rad. Ne, ne. Kinn rüber. Und nicht unten ab. Springen. Beine anziehen. Rüber mit dem Kinn, rüber, 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 rüber. Sie kann sich bewegen. Bist kaputt. Ob du kaputt bist, müde bist. Du hast ja schon Boden bestanden, jetzt mach noch ein Rad für mich. Das Rad endet dort. Mit neuem stolperfreiem Beinkleid tritt Christina an. Der nächste Fehler im zweiten Durchgang kostet sie ihren Studienplatz. Was ihr noch droht, haben talentfreie Turner schon schriftlich. Ein Defizit, ein Defizit. Die sind raus, die sind drin. Christina, habe ich dich vergessen? Ja. Ich war ja in einer Hose anzunehmen. Ach, wegen einer Hose. Ich habe Winifeline. Der muss noch Bodenturnen machen. Ja, mach mal Bodenturnen. Christina, ne? Ja. Ja, du kannst. So ein skeptischer Blick. Genau. Naja. Ich bin ja human, ne? Und Pferdsprung, ne? Auch noch? Ja. Ach ja, stimmt. Könnt ihr noch einmal bitte festhalten? Also das Rad musst du noch üben, ne? Das Rad, ja. Ja. Das werde ich auch. Wenn du ins Semester kommst, musst du es können. Das genau. Wann geht's denn jetzt weiter? Ähm, wir haben jetzt gerade eine Mittagspause, eine Stunde und dann, danach geht's dann weiter. Ja. Ist das klar? In der Leichtathletik musst du auch eine kurze Hose anhaben, sonst fließt er. Ja, ja klar. Die war zum Turnen da, aber die habe ich mit Acrylene und die war ein bisschen groß. Die war viel zu groß. Viel zu groß. Viel zu groß, ja. Wie ist es denn jetzt ausgegangen? Ja, ja. Es ist durch. Es ist ja lang. Habe dein Auge zugedrückt? Ja. Klar. War das jetzt so ein Beweggrund, wo wir gesagt haben, eigentlich muss ich sie bestehen lassen? Man sieht im Bewegungsverhalten, ob sie lernfähig sind oder nicht. Und wenn das alles andere geklappt hat, dann kann man auch mal großzügig sein. Man soll nicht pipslicher sein wie der Papst. So, die sind raus. Ach Mensch. Was glaubst du denn, warum ist es zu eng geworden? Ähm, Aufregung auf jeden Fall. Also, ich bin dann irgendwie, dann geht gar nichts mehr. Ist halt doch schon so eine Anspannung. Ist was anderes, als wenn man sich jetzt trainiert oder so. Das vieles, was halt beim Training so reibungslos geklappt hat, ist halt jetzt, äh, dann doch ein bisschen so am Rand, ne? Und knapp. Danke. Riech endlich mal mit zu. Vielen Dank.